Was ist die Atomtransporte über den Seehafen Nord? Wir möchten gerne damit zum Ausdruck bringen, dass wir dafür sind, dass alle Atomanlagen weltweit sofort ausgeschaltet werden. Und in dem Sinne wünsche ich uns eine schöne Demo. Ja, die Leute schnell fahren. Warum ich heute hier bin, weil ich es absolut unvertretbar finde, dass eben diese Brennstäbe über den Rösterka-Hafen transportiert werden. Und eigentlich wollte ich ja natürlich schon letzten Freitag, also letzte Woche Freitag hier langfahren. Aber da die Konzerne des Ordnungsamts sich ja nicht darauf einigen konnten, sich an irgendwelche vorherigen Absprachen zu halten, hat sich das Ganze eben ein bisschen hingezogen. Und dann werde ich halt jetzt meinen Ärger und meine Empörung kundtun. Musik 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 Warum sind wir heute hier? Über den Rösterka-Hafen laufen Atomtransporte durchschnittlich zweimal pro Woche. Und zwar gibt es zwei Pferden, die dafür gekennzeichnet sind als Gefahrentransport. Die eine ist am Mittwoch um 13.45 Uhr und die andere ist am Sonntag um 13.45 Uhr und fährt gerade hier neben uns ein. Diese Uranhexabluoridtransporte, die kommen und gehen zumindest in Deutschland ganz oft nach Kronau beziehungsweise nach Lingen. Kronau ist die Urananreicherungsanlage, in Lingen ist die Brennelementeproduktion. Diese beiden Anlagen waren jetzt in dieser Atomdiskussion gar nicht drin, weil in dieser Atomausstiegsdiskussion ging es eigentlich nur um die laufenden Atomkraftwerke und nicht um die ganzen anderen Anlagen, die jetzt im Vorhinein und im Nachhinein zur ganzen Atomspirale gehören. Diese selbe Anlage steht eigentlich auch im Iran und da gab es vor ein paar Jahren auch ganz viel Wirbel drum, weil es immer hieß, man darf dem Iran keine Chance geben auf Atomwaffen. Und deswegen wollte man unbedingt, dass genau diese Anlage die deutsche Industrie dort gebaut hat, verhindern. Aber dieselbe Anlage steht in Deutschland. In Deutschland steht eigentlich auch im Grundgesetz drin, dass man keine Atomwaffen haben darf in Deutschland. Es gibt zwar ein paar von den Amis, aber das scheint auch nicht so groß zu stören. Aber im Prinzip gibt es da auch ein paar Anlagen, die sozusagen auch eigentlich Atomwaffen produzieren können oder Atomwaffentaugliches Material. Nur das scheint in Deutschland auch nicht groß das Thema zu sein. Und diese militärische und zivile Nutzung, die war eigentlich im Atombereich ganz immer eng verwoben miteinander und nie auseinanderzudenken. Und auch einer der Gründe, warum diese Anlagen teilweise in Deutschland jetzt stehen, einfach um immer diese Option zu haben, das auch wirklich machen zu können. Und das ist ein paar Anlagen, das auch wirklich machen zu haben.